moin leute und willkommen zum nächsten video heute habe ich mal wieder was für euch mitgebracht und zwar sind wir heute bei meiner lieblingsstrategie beziehungsweise meinem lieblings setup das heißt das sind diese wirklich 100 prozent signale die ich momentan nutze für mein trading und die liebe ich über alles diese funktionieren im gold chart mehr als gut aber natürlich könnt ihr diese auch in anderen charts benutzen weil die signale sind dafür einfach wunderbar ich zeige euch mal wie das ganze funktioniert wir fangen direkt an wir brauchen nichts dafür außer ein clean chart 30 minuten da müssen wir uns aufhalten weil da zeichne ich quasi meine zonen ein ihr hörte schon zonen natürlich sind wir hier wieder beim supply demand thema das heißt für leute die mit supply demand gar nichts am hut haben ist das video trotzdem gar nicht so verkehrt weil ich zeige euch genau wie ich meine zonen dort einzeichne also könnt ihr da denke ich mal dann auch wieder ein paar infos mitnehmen das heißt wir fangen jetzt direkt mal an wir gucken uns hier den chart an und ich zeichne meine zone ein und ich zeichne jetzt nur die wichtigsten zonen ein die ich für dieses trading benutze also passt auf wir warten wirklich dass der gold chart hier geht nach oben wir sehen okay es ist ein abtrend alles klar und dann haben wir hier eine kurze seitwärtsphase gesehen so was ist immer gut zu sehen wenn wir dann hier schön seitwärts sind und dann haben wir hier so ein breakout nach oben das heißt wir haben hier eine perfekte zone in diesem bereich weil der preis kommt dann gerne da unten nochmal wieder hin und würde dann quasi diesen range bereich hier an testen das heißt ich würde jetzt hier meine erste zone einzeichnen und ich zeichne mir diese zone immer so ein mit der candle die diesen move jetzt quasi erzeugt hat das heißt diese candle hier hat mir jetzt gezeigt okay bullisches movement ab da an ging es dann nach oben das heißt es war sozusagen die erste candle wir haben hier unten auch die letzten zwei weeks noch unten nehmen natürlich auch noch mit das heißt das ist unsere zone soll das setup funktioniert tatsächlich so 30 minuten chart ich zeichne mir die zone ein lass es schön ausbrechen und warte ihr seht schon hier rechts ja jetzt habe ich schon eingeblendet aber wir warten tatsächlich perfekt auf den retest und guckt euch das ganze mal an wir sind hier nach unten gekommen und zu diesem zeitpunkt hier da können wir easy unseren trade setzen und dann für ein long trade gehen ich gehe tatsächlich nicht für so einen heftigen long trade wie jetzt hier der move wäre natürlich jetzt unnormal gewesen das heißt da hätten wir ohne probleme sagen können okay long position gehen wir hier unten ein ihr könnt natürlich auch in kleineren time frame reingehen ich mache das gerne fünf minuten chart und sogar ein minuten chart um den perfekten entry zu finden aber wartet nicht zu lange in dem ein minuten chart zum beispiel weil manchmal verliert man den überblick und dann fällt verliert man einfach so das gewisse auge dafür und dann seid ihr hinterher hier oben erst in den trade reingegangen weil da erst eine candle kam wo ihr sagt okay ab hier gehe ich jetzt rein und dann seid ihr viel höher anstelle einfach hier unten rein zu gehen und gut wer das heißt da in den trade rein stop loss natürlich hier unten drunter unter die zone denkt rein wir sind bei gold also müssen wir das ganze ein bisschen erweitern gold hat ja immer ein bisschen mehr spielraum und dann lassen wir das ganze hier laufen und laufen und laufen das hier wäre jetzt ein sechs zu eins gewesen darauf gehe ich natürlich nicht ich gehe so offen eins zu eins tatsächlich nur zwei zu eins je nachdem wie mein entry hier unten auch ist meistens habe ich ja den entry in so einen kleinen time so einen kleinen time frame mir reingeholt dass mein stop loss gar nicht hier unten ist sondern ich wirklich mit quasi scalping strategie da reingehe und sagt okay meinen ersten versuch wage ich hier falls das nicht klappt zweiter versuch noch mal ein bisschen tiefer noch mal ein bisschen tiefer bis wir die zonen durchbrochen haben habe ich dann auch drei versuche gebraucht in den trade reinzukommen das wäre dann genauso als wenn ich das stop loss direkt bis hier unten hingepackt hätte aber so haben wir halt wirklich die chance dass unser risk ja ihr seht schon das risiko verhältnis das multipliziert sich so extrem hoch dass wir hier jetzt ein 18 zu 1 sogar noch mehr hinbekommen hätten das heißt hier 22 zu 1 oder noch mehr sogar da aber da gehen wir natürlich nicht drauf wir lassen dann den trade natürlich laufen wenn wir solche bullischen kennels hier sehen dann gucken wir natürlich nach links wo haben wir hier unseren nächsten bereich maximal wirklich bis hier oben hin hätte ich das ganze laufen lassen maximal eigentlich welche vor glaube ich schon rausgegangen hier wo man schon sieht das volumen hört langsam auf und so da weiß weiß man dann nicht so recht vielleicht war es auch einfach nur ein retest hier auf der zone und dann geht es doch noch weiter hoch oder es dreht da wirklich um das heißt ja 11 zu 1 den hätte ich da auf jeden fall mitgenommen das heißt so funktioniert das setup guckt euch das mal an das ist wirklich total simpel ihr wartet einfach auf so einen krassen break also erst mal die range dann den break und den retest auf dieser zone also mehr braucht ihr nicht zu tun das ist das ist der plan mehr brauchen wir nicht machen und dann wollt ihr natürlich nicht den chart unendlich laufen lassen sondern nehmt wirklich profite mit so ein trade funktioniert sehr gut weil wir haben ihn auf einen höheren time frame aufgebaut das heißt wir sind ja im 30 minuten chart hier drin ihr könnt das ganze auch auf dem einstunden chart machen als ich in 30 minuten chart nicht so eine richtig gute zone finde gehe ich auch gerne noch mal im einstunden chart und gucke von da aus aber mein entry wie gesagt immer ein minuten fünf minuten da so ich meinen perfekten entry und gehe von dort aus mit dem sniper entry dann rein in den trade und so gehen die dinger wirklich zur decke das heißt das wäre so die erste variante jetzt machen wir das mal genauso weiter das heißt wir gucken uns gold wieder an gold hier wieder im seitwärts trend gewesen und was haben wir bis hier passiert wieder ein extremer move nach oben so welche kennel hat das jetzt hier erzeugt ihr seht eigentlich schon das war diese kennel hier das heißt meine zone wäre jetzt dieser bereich gewesen ihr könnt euch das auch nach links ziehen seht ihr ja schon hier spätestens diese kennel wäre schuld gewesen an dem move aber ich habe mir hier dann die zone eingezeichnet egal gewesen weil wir analysieren ja nur sind da ja in keinem trade drin das heißt ihr könnt auch wenn ihr danach sagt okay der bereich hier den mann erinnere ich noch so ein bisschen vielleicht so das kommt so mit der erfahrung erkennt man dann okay wie zeichne ich diese zone jetzt wirklich so ein dass ich am ende richtig gute profite mitnehmen ich zeichne die zone immer ein bisschen größer ein aber guckt dann halt bei meinem entry wie schon gesagt dass ich da einen vernünftigen sniper entry bekomme und dann gucken wir jetzt mal wie das ganze funktioniert hat der chart oben explodiert natürlich haben in der zeit jetzt diesen ganzen long move nicht mitgenommen darauf baut diese strategie hier auch gar nicht auf wir wollen diesen ein trade der wirklich einfach 100 prozent funktioniert und wirklich zu 99 prozent funktioniert diese strategie einfach weil der erste test auf so einer zone der wird erst mal als support genutzt da bricht der preis nicht einfach durch es sei denn wir haben jetzt irgendwelche news oder so aber das lassen wir jetzt mal beiseite weil news sollte man sowieso eher mit vorsicht genießen lieber nicht trade aber wir gucken jetzt natürlich mal weiter was ist passiert der preis ist hier unten wieder nach unten gekommen sowie wie wir uns das erhofft haben wir hatten hier unten den retest das heißt denkt dran 30 minuten chart das heißt ich hätte hier meinen ersten entry mir genommen hier unten in dem bereich sagen wir mal im kleineren time frame jetzt hätte ich dann da unten vielleicht ein entry gefunden und dann hätte ich mein stop loss ja auch direkt dann da drunter gepackt und ihr seht schon der trade lassen das ein bisschen tiefer packen nicht so übertreiben das wäre jetzt hier ein 6 zu 1 gehe ich auf ein 6 zu 1 nee gehe ich tatsächlich nicht ich für mich interessiert das 6 zu 1 6 überlegt euch doch mal der 6 zu 1 ist doch unnormal krass wer wer braucht das denn ihr braucht kein 6 zu 1 3 zu 1 ist mehr als ausreichend und wenn wenn das hier wirklich mit so einem sniper entry im 6 zu 1 direkt funktioniert mit 3 zu 1 direkt funktioniert und die das ganze vielleicht sogar noch ein bisschen mehr also weiterlaufen lassen dann könnt ihr das natürlich auch machen ich hätte es vermutlich so lange gelaufen lassen hier bis ich hier oben die zone gesehen hätte in dem bereich ihr seht schon hier haben wir eine zone das kann man sich natürlich auch mit dazu einzeichnen wir haben da einen widerstand was hat der preis gemacht ist auch dort rejectet nächste zone haben wir hier oben in dem bereich das heißt das sind so kleine bereiche wo der preis reagieren könnte und ihr seht schon hier hat der preis reagiert wir gehen jetzt mal vom best szenario aus ihr habt diese zone euch eingezeichnet und habt ihr einfach euer kommen sagen wir mal wir gehen ein bisschen schlechter in den trade rein so da irgendwie den bereich dann haben wir immer so ein 3 zu 1 lassen 3 zu 1 jetzt nehmen das heißt den trade haben wir geschafft dann kommen wieder in diese zone und wenn ihr jetzt immer noch bullisch seid dann würdet ihr hier wieder neuen sniper entry suchen und wo suchen wir den denkt an meine sniper entry strategie den suchen wir hier unten drunter weil da die liquidity beziehungsweise die leute die stop loss haben die meisten leute werden jetzt genau da ihr stop loss haben guck mal was gold macht warte wir kopieren uns das ganze hier mal gold macht nämlich genau das und packt hier unten in dem bereich einmal kurz ein bisschen runter gedippt und nimmt alle leute die da ihren dicken long trade aufhaben mit dem scalping nimmt die einfach raus komplett stop loss raus bam und danach preis nach oben wieder geschossen das heißt wo setzen wir unseren entry hin wir gucken in diesem bereich hier zack wer das video dazu übrigens sehen möchte auf meinem channel sniper entry strategie da gibt es noch nicht so viele werdet ihr auf jeden fall finden sonst verlinke ich euch das gerne auch noch mal in der video beschreibung schreibt einfach mal in die kommentare dann treten wir das ganze natürlich wieder bis hier oben zu unserem widerstandsbereich was hier übrigens innerhalb von einer stunde passiert wäre also ihr müsst immer schauen wie lange ihr euren trade offen lassen wollt das wäre jetzt hier auch ein 5 zu 1 das heißt überlegt mal wir haben jetzt drei mal uns das setup angeguckt und ich habe hier nichts großartig jetzt raus gesucht sondern alles hintereinander weg euch gezeigt das sind drei ja dreimal das gleiche setup was super funktioniert hat und wir haben hier sogar noch mal retest gab hättet ihr den retest hier auch noch mitgenommen ich hätte jetzt eher gesagt nee da wäre ich jetzt ein bisschen anders rangegangen ich hätte gesagt okay wir haben jetzt hier so eine krasse range aufgebaut übrigens haben wir dann hier wieder unseren heftigen break aber wie hätte man das ganze dann jetzt hier traden können ihr seht schon hier haben wir diese schöne range wir haben hier unsere zonen und was ist passiert wir sind hier durch die zonen das heißt ihr seht schon der markt zeigt uns ich möchte hier long und dann sagen die leute aber nee nee das waren genug gewinne weil die haben von hier unten long gemacht haben hier oben alles verkauft deswegen kommt der preis uns wieder ein stück entgegen und schaut mal hier in diesem bereich wenn wir diese zone hier noch ein bisschen mit den wicks eingetragen hätten so mit den wicks hier oben die sich dann gebildet haben zonen immer ein bisschen anpassen nie eins zu eins starr lassen der markt bewegt sich ja nun mal das heißt ihr passt das auch ein bisschen an so dann sehen wir hier retest und von hier hättet ihr easy noch mal wieder long trade wagen können und schaut euch das ganze an der wäre dann auch komplett für explodiert ob ihr das ganze dann mitgenommen hätte das ist natürlich dann wieder eine andere geschichte aber für die leute die das jetzt gesehen haben hier dieses dieses video und die auch aktiv in meinem discord am start sind die wissen dass ich ein signal gegeben habe in meinem channel dass wir von hier unten bis hier oben in diesem bereich auf diesen retest hier habe ich spekuliert und stop loss hatten wir aber hier ein bisschen größer das heißt es war kein scalping trade sondern ein bisschen swing trading mäßig day trading mäßig war das ganze hier unterwegs es sah ungefähr so aus für die leute die es jetzt sehen die werden sich daran erinnern das ist genau dieses setup das heißt so funktioniert die strategie einfach break retest ich glaube ich brauche euch da nicht mehr viel zu erklären aber diese strategie ist einfach so geil ich liebe es einfach damit zu traden und das ist einfach so simpel ich glaube selbst wenn ihr noch anfänger seid das checkt glaube ich jeder hier wie ich das ganze gemacht habe ein bisschen üben wie man die zonen einzeichnet aber ansonsten das werdet ihr auf jeden fall hinbekommen falls ihr noch gar kein broker hat wo ihr jetzt treten könnt dann registriert euch gerne bei vintage der link ist in der video beschreibung übrigens unser trading system beziehungsweise unser service zum trading der kostenlos ist der für euch automatisch tradet macht momentan richtig fette gewinne als wenn ihr dabei sein wollt bräuchte die in vintage account über meinen link aber guckt gerne mal in die video beschreibung da ist der telegram channel discord und so weiter da könnt ihr gerne alles fragen zum thema bot trading und so weiter copy trading wie ihr das ganze auch nennen wollt könnt ihr euch gerne darüber informieren in der video beschreibung ansonsten falls euch das video gefallen hat lasst gerne ein abo da ein kommentar ein like ich würde mich sehr freuen ansonsten sehen uns dann beim nächsten video bis dahin haut rein ciao